Ihr Lieben, jetzt gleich beginnt unsere Veranstaltung im Hotel für Jahreszeiten und unser Referent ist schon da. Es ist Dirk Steffens. Ihr kennt ihn alle von Terra X, weil jeder hat schon mindestens eine Serie gesehen. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Schön, dass du da bist. Und was machen wir heute? Was ist unser Thema? Ich freue mich sehr, als ich spreche über den Living Planet Report. Das ist sozusagen der Gesundheitsbericht des Planeten Erde. Wie geht es eigentlich der Erde und vor allen Dingen dem größten Problem, das wir haben? Denn das werde ich gleich, dir kann ich es ja schon mal sagen, aber was ich immer besonders betone ist, wir denken immer, die Klimakrise sei das eine große Problem und wenn wir das lösen, sei alles wieder gut. Leider ist das eine völlig falsche Vorstellung. Und das mal zu erklären, warum das so ist, darum geht es heute. Das ist sehr spannend und ich denke, ich freue mich schon lange auf diese Veranstaltung. Wir mussten sie immer hin und her schieben wegen des Lockdowns. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute Abend lernen werden, dass es nicht nur die Klimakrise ist. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Bis gleich. Tschüss.